Jetzt, gehen Sie rüber zum Tisch und nehmen Sie die Waffen. Sie müssen schneller sein, Genosse. Sie benötigen eine echte Waffe, wenn Sie Feinde töten wollen. Achten Sie auf den Kompass. Der Stern auf dem Kompass zeigt den Standort des momentanen Ziels an. Nun zum Lager und holen Sie sich eine Pistole und ein Gewehr. Los! Die Waffen sind auf dem Tisch, Genosse. Gut. Jetzt melden Sie sich bei Kommissar Ledler. Los! Das sind Kartoffeln, Genosse Kommissar. Warum benutzen wir Kartoffeln anstelle echter Granaten? Weil echte Granaten teuer sind. Ehrlich gesagt sind sie viel mehr wert, als Sie es sind. Oh, natürlich, Genosse Kommissar. Mein Fehler. Jetzt werfen Sie eine Kartoffel auf die markierten Zielbereiche. Nicht übel, nicht übel. Sehr gut, Genosse. Guter Wurf. Genosse Kommissar! Genosse Kommissar! Wir haben einen Gefangenen. Kommen Sie her! Brasil, kommen Sie mit! Aufhören! Bitte nicht! Töten Sie mich nicht! Unsere Truppen rücken noch weiter in den südöstlichen... Genosse Kommissar! Dann rücken Sie also hinter unsere Linie im Südosten vor. Und dort haben Sie da bestimmt auch noch mobile Artillerie. Ein deutscher Angriff formiert sich im Südosten. Es sieht ernst aus. Hören Sie, Genossen. Im Osten. Im Keller eines Hauses ist ein Waffenlager. Gehen Sie dorthin und nehmen Sie sich Munition und Vorräte. Ich kümmere mich um unseren Gast. Denken Sie an das, was Sie gelernt haben. Viel Glück! Gehen Sie an das, was Sie brauchen. Gehen Sie an das, was Sie brauchen. Gebreitert! Nehmen Sie die Karte von der Entdeckung! Kommunisten, oben im ersten Stock! Auf der rechten Seite! Die Karte von der Entdeckung! Du kannst einem Lekt in der Karte von der Entdeckung! Deutsche! Der Driebeer ist in der Entdeckung! Feindlich oben! Und dann das Munitionslager nahe des Rathauses zu stören! Und los! Unsere Genossen retten doch festgenagelt! Wir müssen ihnen helfen! Genosse Fellerich! Brachteil kommt! Schlauer! Deutsche! Oben ist zwei gestorben! In diesem Zentrum der Gemeinde! Helfen wir die Rechte! Wo ist die Rechte? Wo ist die Rechte? Rechte! Deckung! Deckung! Die sind alle tot! Das ist leider Selbstmord! Wir sind die Rechte! Zusammen mit der Rechte! Problem! Was ist die Rechte? Vielleicht eine Rechte dabei! Fragen Sie! Wir geben Deckung! Los! Deckung! Driebeer ist die Rechte! Der Mattis ist die Rechte! slows ins Rechte! Das ist leiderste hoy! Dort basement! aya! Der Krieg von der Flanke! Feindlich in! Der Krieg von der Flanke! Deutsche! Der Krieg von der Flanke! 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 Sowjetische Truppen! Die Flanke! Halt sie ab! Füßige Fäuse! Ich bitte den sowjetischen Handgenossen! Rüber zu dem Pärrongebäude und ihr sicher! Na los! Beleidung! Die Flanke! Werden nicht die Flanke! Werden nicht? Deine Macht! Fäll� curator! ац pretty much Wolves Ich habe einen! Sanitäter! Weiter fortstoßen! Nur um seine selbst will! Kommunist! Hör dir Arsch! Lauf hin! Händelig! Ende! Das ist das, Männer! Unsere Kräler sollten diesen Panzer ablegen! Werden wir deren Versorgungen vernichten! Los! Tut's auf See! Immer schön fest! Die Engländer! Neben den Sandzecken! Zu unserer Linken! Aufsperrfeuer! Deutsche Infanterie! In der Nähe dieser Kisten! Schaltet die Deutschen an! In Deckung bei den Kisten! Los! Los! Deutsche Infanterie! Bei den Sandzecken da! Schaltet die Deutschen raus! Legen wir wie unser Kuss pro Partei! Los! 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 Verfahren wir die Deutschen durch den Tunneln! Wir zerfen die Panzer auf der anderen Seite! Gut so! Immer schön festnageln! Schafften sie noch auf die Gebärmstärke! Achtung! Die Regenung! Lasst euch nicht verliehen, Arten! Nutzt die allein der Panzerhausgänge! Wir sind ja aber nicht! Wenn wir zum Armin hier kommen, einmal in die Züge zählen! Denn das kann die Panzerabierungen so schnell wie möglich aus! Ich bin der Nachteil! Nein! Wunderbar! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Und die Deutschen gut beschäftigen. Los jetzt! Wegen dieser schlachen Mauer der Lügen! Feuer auf die Kruppe und den Wehr! «Neinste Infanterie!» «Nah der Blöckenmauer!» «Nah ein! Ich habe ein!» «Deutsch immer raus!» «Einste Infanterie!» «Ihm nach Osten!» Vorsicht, Jungs! Da ist ein MG-42 am Ende der Straße! Westlich von uns! Wir laufen lieber nach unten! Robert, in der Kugelstuhl! Bitte schieben, Batterie! Oh, in der oberen Kugel! Linke Seite! Ich bin der Name der Bersche! Da die Töter! Weitere! Weitere! Mach sie wieder! Robert, in der Kugelstuhl! Robert, in der Kugelstuhl! Feindliche Truppe! Links! Feindliche Infanterie! Erdgeschoss! Auf der linken Seite! In Deckung! Feindliche Infanterie! Erdgeschoss! In Deckung! Feindliche Infanterie! Erdgeschoss! Feindliche Infanterie! Feindliche Infanterie! Erdgeschoss! Feindliche Infanterie! Feindliche Infanterie! Feindliche Infanterie! Feindliche Infanterie! Erdgeschoss! Feindliche Infanterie! Feindliche Infanterie! Feindliche Infanterie! Davis! Schlagen Sie sich durch diese Gebäude, Link. Geben Sie Feuerschutz! Tigerverzeihung! Gefeuert! Geben Sie Feuerschutz! Los! Bezieht Stellungen an der zerbrochenen Mauer! Geben Sie Feuerschutz! 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 Ge 노력en zu Jaw notieren. Geben Sie Feuerschutz! Gehe! Zu워じゃない! Geben Sie tun meines Gefä bordes! Geben Sie F Inkartee! Fallen Sieフ Schmerzen! Anstrengungen cuando bist type! McGregor, die Stahltür aufmachen! Die Stahl, die Stahl, die Stahl! Schau! Hey Braver, du sehst aus, als müsstest du den Kotschen. Kotscht du was, Donnie? Warum hältst du den wieder? Die Jungs am Strand verlassen sich darauf, dass wir die Küstengeschütze ausfalten. Bewegt euch, stellt euch auf und erledigt sie! Die Jungs am Strand verlassen sich darauf, dass wir die Küstengeschütze ausfalten. Die Jungs am Strand verlassen sich darauf, dass wir die Küstengeschütze ausfalten. Die Jungs am Strand verlassen sich darauf, dass wir die Küstengeschütze ausfalten. Die Jungs am Strand verlassen sich darauf, dass wir die Küstengeschütze ausfalten. Die Jungs am Strand verlassen sich darauf, dass wir die Küstengeschütze ausfalten. Die Waffen sind weg! Was? Die Waffen sind weg! Wie müssen Sie weggeschafft haben? Na los, Bewegung hier, die machen uns kalt! Zusammen tun Bank an die Strafts blockieren! Taylor und ich kümmere uns um die Geschäfte! Fehler! Benutzen Sie die Aufmerksamkeit! Ich fahre die Felder! Rutschung! Feuerbeutung! Teufelgruppen! In Waffen! Auf die Lieder! nicht da, wo ich bin! Aber- Aber der forgange mir er. Der hol ist mit dem Schiffx größer Wir sind gegen die Generäuze zu machen! Mit ihr euch Monster und Nachmen? Was ist das? Der Bunker ist nicht aufhören. Ecke gesehen. Rechnet mit mindestens zwei Mann und ein paar MG-42ern. Was ist der Platz, Arsch? Ich brauche ein paar Booten mit Sperrfeuer. Garcia, Hawkins, ab nach links mit Rosetti und Scholes. Der Rest folgt mir zu der rechten Flanke. Ich will Granaten, sobald wir in Reichweite sind. Revan, McCloskey und Taylor, bleiben Sie zurück und sorgen Sie für Deckung. Haltet uns die Deutschen vor dem Hals. Okay, Vorrücken und auf mein Zeichen warten. Ich bin die Ich bin die Ich bin die Der Kurski, raus! Wirst du raus? Der FV-2 im Fenster! Verstärkung auf 11 Uhr! Verstärkung auf dem Weg zur Flach! Verstärkung auf dem Weg zur Flach! Verstärkung auf dem Weg zur Flach! Ich habe meine Kalibere! Ich habe die Probleme! Wo ist Ihr Munitionsvorrat? Das ist Sie! Hört ab! Los! Wer glaubt Sie? Wir müssen Sie den Kompagni schützen! Musst Sie das selber Hühner treffen! Bleiben, Greyburn! Greyburn! Sie haben diese Munition nach der Straße liegen lassen! Gut, dass Ihr Kopf angewaschen ist! Hortens! Das Bier! Deutsche von der Bälle! Mannerboden! Feindliche Infanterie! Barriere! Warten! Private! Verstärkung auf dem Weg! Mannerboden! Deutsche! Erstgetaus! Auf der anderen Seite der Flachen Mauer! Nördlich von uns! Amerikanische Infansori! Schmeiß eine Laufgranate da raus! Neue, Mannerboden! Puls! Ach, meinen Gerhard! Wir kommen jetzt auf dem Weg! Nach der Flachen Mauer! Nach der Flachen Mauer! Nach der, Messe! Deutsche Infanterie bei den Sankt, checken da! Nein, sieh ab! Deutsche Infanterie! Rausendeckung! Ja, los! Fakt die Lieder! Deutsche Infanterie! Auf! Ein Deckung! Einen halber Wurf! Bei den Sankt, die Infanterie! Die Chance! Die Deutschen! Ah, der Faktor! Eine Sankt, die Infanterie! Stopp! Echte Seite! Weiter! Das ist eine britische Granate! Geh, los! Deutsche Infanterie! Nein, es ist eine Mauer! Zur Rechten! Es sind die Amerikaner! Im ersten Stock! Auf der linken Seite! Die Kammer in die K-A-A-Beinen! Deutsche! Die erste Stock! Weg! Es sind Amerikaner! Russische Granate! Oben im ersten Stock! Halt! Granate! Raus da! Rettung! Ho barrel, los! Übers aún! Überprüf, was die Reims thief Đe sind! Sante Truppen und trotsten! Ogben im ersten Stock! Hannala! Die Rechte! Hier ist Ihr Sch dollar! Stopp! Das Feuer auf der Amerikaner! Mit � Open k-A-B! Garget Jage die! Die stations! Die Akronik! Ach, ich war doch nicht! Robert Taylor, mit Brevin und McCloskey rauf auf den Silo. Halten Sie nach Gegenangriffenausschau. Alle anderen bezieht sofort Posten im Rangbereich und bleibt wachsam. Sammelpunkt Echo. Feindliche Infanterie greift verstärkt an. Brauchen weitere Verstärkungsgruppen. Ende! Der 5, 4, Baker 6. Es sind ein paar Schirmens zu gehen unterwegs. Sollten in 5 Minuten eintreffen. Over. Mit Respekt, Sir. Ich glaube nicht, dass wir leider durchhalten. Ende! Beide noch frei. Verteidigen Sie die Stadt, bis sie abgelöst werden. Ende! Hey, Brevin! Dreck mich mal kreuzweise! Feindliche Truppen! Nein, nein, nein! Feindliche Truppen! Auf der anderen Seite der flachen Mauer! Im Nordwesten! Die flachen Mauer! Ah, der flache Mauer! Schalte sich die Batterie aus! Nach vorne! Deutsche Motorstellung! Forster los! Deutsche Truppen! Deutsche! Hinter der flachen Mauer! Im Nordwesten! Gut so, ihr Männer! Alle Sektoren sichern! Wir treffen uns in einer Stunde hier! Wegtreten! Vorher vertreiben wir die Deutschen aus dem kleinen Nord! Feindliche Eltern! Es sind Amerikaner! Er zum Schock! Gefreiter! Vorbereitung beim Nordladen! Ich habe einen! Ich habe einen! Seidliche Truppen! Bei den Schrauben! Es ist ein! Gehen wir los! Bei den Schrauben! Angriff! Angriff! Was ist los? Können Sie das Wettbewerb zurück in meinen Arm? Lade nach! Deutsche Ruppen! Neben den Sachsen! Was haben wir Fächer? Reise zum nächsten! Amerikaner! In der Schock! Auf der Nicht-Zug-Werste! Verstehen Sie die Erschung! Weiter! Schnell! Auf der Nicht-Zug-Werste! Nach Möglichkeit! Wir tun die Menschen, die Squad! Sagen Sie sie los! Contra! Auf der Nicht-Zug-Werste! Auf der Nicht-Zug-Werste! Und sie sind sie wieder! Der nicht! Verstehen Sie die Scheiße! Wenn Sie auf der nicht-Zug-Werste in der Hand! Untertitelung des ZDF, 2020